willkommen zurück zu brawlhalla wir sind jetzt hier bei der auswahl des helden oder unseres kämpfers und wir wählen mal ich glaube die hatten wir noch nicht also wählen wir die mal ready for battle sehen was sie so kann und stadt also ich bin sehr stark jetzt habe ich mal die leute hier weg sondern das nicht so läuft dass sie aber nicht meine leute weiter wie die alle auf mich gehen nein war fach wie ich runtergekriegt am bogen ich mag den bogen nicht besonders ich hau den lieber mal richtig einer auf die fresse war ich gerade zwei leute rausgehauen nein 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 warum muss die andere genauso aussehen wie ich irritiert voll war wir haben oder schaffst du nein 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 schaffe ich das schaffe ich das schaffe ich ich bin ein pro ein richtiger pro warum geht das nicht nein das war es schade aber ich führe noch dass ich doch mal eine waffe nehmen das gespielt habe ich laut die spiele unterstützt auch keine gewalt noch zweiter richtig krass ja ich soll die waffe haben ja komm komm her nein halt ich ob ich den in der luft erwäschte aber geil komm her boah das war echt geil nein penner geil noch mal richtig geil abgesahnt am ende nur zweiter geworden aber mein gott nur dreimal gestorben fünf kills war doch gar nicht mal schlecht ich glaube viel besser als die erste folge wir sagen mal gg oder schwester und bis zur nächsten folge von braun hallo